Ich habe tolle Gäste da, die kennen sich mit Autos aus, die kennen sich mit Metall aus und die möchte ich euch jetzt vorstellen. Von der Schlote-Gruppe oder genauer gesagt von der Getriebe- und Antriebstechnik aus Wernigerode sind heute da einmal Markus. Markus, du bist da Ausbildungsleiter und kümmerst dich um die Azubis im Unternehmen. Dann haben wir hier Lukas. Du bist gerade in der Ausbildung und wirst Zerspanungsmechaniker. Was das genau ist, klären wir hoffentlich gleich. Und ich habe da Sina, du bist Berufsberaterin von der Agentur für Arbeit und kannst auch nochmal so ein bisschen den Blick von außen vielleicht auf das Thema werfen. Da bin ich auch ganz gespannt, was deine Perspektive dazu ist. Aber wir beginnen mal mit dir. Markus, du kommst von der Schlote-Gruppe, das sind verschiedene Standorte, die alle irgendwie zusammenhängen und sich mit dem Thema Autos beschäftigen und Metall. Kann ich das so sagen oder wie würdest du es beschreiben? Genau. Also wir sind Automobilzulieferer weltweit gesehen und bauen verschiedenste Teile für die Automobilindustrie mit Großkunden wie VW, BMW und so weiter und so fort. Und das halt weltweit. Also dass wir halt Gussteile bearbeiten, Getriebegehäuse, Turbolader. Das ist so unser tägliches Geschäft als Dienstleister, dass wir die Teile zersparen. Also alle Leute, die ein bisschen auch begeistert sind für Autos, könnten bei euch richtig sein? Kann man das so sagen? Definitiv. Wir haben jetzt auch da von Ferrari zum Beispiel auch einen kleinen Auftrag sozusagen erhalten. Kann man so? Nein, auf jeden Fall. Und jetzt, der Markus hat es schon gesagt, zerspanen, wir zerspanen da Dinge. Ich habe jetzt so eine ganz naive Vorstellung von, man hat wahrscheinlich Metall, kein Holz, nehme ich an. Genau, Metall, ja. Und dann fliegt da irgendwas weg und dann wird das Teil kleiner und sieht nachher genauso aus, wie man es haben will. Was bedeutet zersparen? Ein Zersparen ist ein Vorgang, in dem man halt ein Werkzeug hat, welches Material abträgt durch rotierende Bewegungen zum Beispiel. Ja, und so wird man halt dann, ne? Du hast ja auch Sachen mitgebracht. Sind das zerspannte Teile sozusagen? Ja, das sind alles, also die Teile haben wir alle zerspannt, also gefertigt. Ja, ist schon. Was bei uns jetzt zum Beispiel Teil von der Grundausbildung mit ist, wo wirklich jetzt meinetwegen einfachste Bohrübungen, Anreißübungen, Pfeilübungen, also das heißt, das waren wirklich vorher unbearbeitete Teile gewesen und die wurden dann sozusagen vom Lehrling allein nur mit Pfeile, Bohrmaschine hergestellt. Mit Zeichnung, genau. Dass man dann dementsprechend diese verschiedensten Bauteile halt, ja, oder auch mit Säge, ja. Also man kann alles sozusagen mit seinen Händen selbst machen. Nach der Grundausbildung folgt dann halt die Bearbeitung auf Dreh- oder Fräsmaschinen. Das ist dann sozusagen das nächste Level, ja. Und vielleicht nochmal die Frage an dich, Lukas, wenn du jetzt so, ich habe noch nie davon gehört vorher, so Zerspanungsmechaniker, was war deine Begeisterung zu sagen, ich mache das jetzt einfach mal, was fesselt dich an dem Job? Das ist die Abwechslung tatsächlich, die Kreativität, die man auch ausleben kann. Es ist schon, wenn man zum Beispiel, man muss das bauen für zum Beispiel die Fertigung, irgendwelche Ersatzteile, dann muss man sich den Kopf machen, das Material raussuchen und das dann selber auch bearbeiten, das ist schon auf jeden Fall mein Traumjob für sich. Und was ist dein Lieblings Zerspanungswerkzeug? Das ist tatsächlich das Drehen, also eine Drehmaschine, das ist, da sieht man, was man macht sozusagen, ja, man sieht den Fortschritt und das ist sehr begeisternd. Ich will es nochmal etwas genauer wissen, wie sieht das beim Drehen aus? Ich spanne so einen Metallblock da rein und dann? Genau, also es ist ja meistens Rundmaterial, aber geht auch Vierkant oder Sechskant geht auch und das Werkstück dreht sich, das Metall dreht sich dann mit unterschiedlich, also ich denke, man muss sagen, so durchschnittlich 800 Umdrehungen pro Minute, dann hat man sein Werkzeug und das fährt dann sozusagen axial so, fährt es dann und dadurch wird dann halt durch die rotierende Bewegung, wird halt das Material dann abgetragen. Das ist schwierig vorzustellen, das muss man erstmal gesehen haben. Man muss es gesehen haben und man kann es sich da bestimmt angucken. Sina, meine nächste Frage geht mal an dich. Ich habe manchmal das Gefühl, es gibt super viele Berufe, von denen habe ich noch nie vorher was gehört und es gibt, wie ist denn der Weg? Muss ich sagen, ich gehe erst über meine Begeisterung und dann denke ich, ich mag Autos, ich gehe vielleicht zu einem Autozulieferer, gehe ich über die Berufsbezeichnung, weil ich total Bock auf Metall habe. Was würdest du mir empfehlen, was ist der richtige Einstieg quasi in die Suche? Immer erst zur Berufsberatung gehen, würde ich vorschlagen, weil wir kennen die Berufe. Wir können über alle Berufe informieren und erst dann, wenn man wirklich weiß, was es alles gibt, kann man sich auch entscheiden. Wichtig finde ich auch immer ein Praktikum zu machen, also einfach mal in einen Betrieb reinzuschnuppern und sich die verschiedenen Berufe anzuschauen und kennenzulernen, was wird da jetzt genau gemacht und wie wird gearbeitet. Und dann kann ich ja eventuell auch, wenn es mir gefällt, weitergucken, ob es auch noch etwas Ähnliches gibt und wenn es mir gar nicht gefällt, kann ich zumindest etwas ausschließen. Wie bist du auf die Schlote-Gruppe aufmerksam geworden, Lukas? Durch von meiner Mutter, eine Freundin von ihr, die arbeitet im Werk in Harzgerode und ich habe vor meiner Ausbildung nebenbei in meiner Schule, also neben der Schule noch gearbeitet, schon vorher. Und dadurch, die fand das so begeisternd, dass ich schon, bevor ich nicht meine Ausbildung mache, schon anfange zu arbeiten für nebenbei, dass sie mich sozusagen empfohlen hat. Sie hat gesagt, ja, bewerb dich mal da, da hast du gute Chancen, das sieht gut aus und hat ein gutes Wort für mich eingelegt. Okay, ja, also es ist ja oft so, man kennt jemanden und dann wird man neugierig. Jetzt ist es ja so, das wissen wir, glaube ich, inzwischen alle, die Unternehmen müssen sich irgendwie attraktiv machen. Was würdest du sagen, ist bei euch, was wirklich für Azubis attraktiv ist, sich bei euch zu bewerben und vielleicht Zersparnungsmechanikerin, Zersparnungsmechaniker zu werden? Also eine, sag ich mal, eine gute, große Lehrwerkstatt, die geeigneten Mittel und eine gute Ausbildung halt auszuführen. Wir haben halt innovative Fertigungsstrecken, das heißt, wir haben auch viel automatisierte Technik, viel Robotertechnik, arbeiten da sozusagen auch immer up to date. Und das auch für die nächste Generation sozusagen schmackhaft zu machen, ja, viel mit Computertechnik, CNC-Maschinen und, ja, jungen Ausbilder, der da Schwung reinbringt. Ja, und wir halten das alles sehr familiär. Ja, also es ist ein gutes Miteinander, wie wir das in der Ausbildung jetzt haben und ich bin auch froh, dass ich da jetzt wirklich nur gute Auszubildende im Unternehmen habe. Genau, und das heißt, es gibt irgendwie sowohl die Pfeile, die ich in die Hand nehme, als auch den großen Roboter, den ich irgendwie so einstelle, dass er am Ende das macht, was ich möchte. Klingt auf jeden Fall wirklich nach total vielfältiger Art und Weise, mit dem Werkstoff umzugehen. Das waren jetzt erst mal meine Fragen, aber von der Realschule Himmelstür, unter anderem auch von den beiden Damen, die hier sitzen, haben wir auch im Vorfeld schon Fragen an die Schlote-Gruppe bekommen. Die will ich jetzt gerne mal mit euch zusammen anhören. Hallo, mein Name ist Selina und meine Frage ist, welche Ausbildungsberufe in Ihrem Betrieb sind am beliebtesten? Hallo, mein Name ist Simi und meine Frage wäre, wie ist bei Ihnen die Frauen- und Männerquote im Unternehmen? Hallo, mein Name ist Sia und meine Frage ist, ist die Ausbildung so, wie man sie sich vorgestellt hat? Okay, also wir fangen mal mit der Frage von Selina an. Welche Ausbildungsberufe sind im Betrieb am beliebtesten? Markus, vielleicht ist das eine Frage an dich als Ausbildungsleiter. Also der Zersparnungsmechaniker, der Mechatroniker und Fachkraft für Metalltechnik, das sind so bei uns die handelsüglichen Ausbildungsberufe, die ich jetzt bei mir halt auch jetzt anbiete. Und wenn ich noch nicht so genau weiß, welchen von denen ich gerne mal machen würde, könnte ich aber auch erst mal hinkommen und sagen, ich will erst mal alle kennenlernen. Na klar, man könnte jetzt sagen, man macht erst mal ein Praktikum und sagt, okay, ich möchte die Ausbildung jetzt erst mal an sich kennenlernen. Was macht man in dem Berufsfeld, was macht man in dem Berufsfeld? Und da stehen meine Türen halt offen. Okay, danke. Simi hat gefragt, wie das mit der Frauen- und Männerquote ist. Lukas, wie sieht denn das aus? Gibt es ein paar Frauen? Also es gibt bei uns auf jeden Fall auch Frauen in der Fertigung. Das ist, ganz genau weiß ich nicht, wie viele auf jeden Fall Bürokräfte bei uns sind, häufig Frauen. Ja und auch in der Fertigung draußen haben wir auch einige Frauen. Also es sind zwar mehr Männer, aber es ist auf jeden Fall auch. Ich frage aber vielleicht an dich, das kannst du vielleicht auch als Externe ein bisschen beurteilen. Wächst der Frauenanteil in der Produktion? Er wächst, nicht so, wie man sich das wünscht, aber es wird besser, muss ich sagen. Genau, es wird spannender auch für die Frauen. Vielleicht ja auch nach heute noch ein bisschen mehr. Und letzte Frage nochmal an dich, Lukas von SIA. Ist die Ausbildung so, wie du dir die vorgestellt hast oder vielleicht ein bisschen anders formuliert? Gibt es Dinge, die anders sind, als du es dir gedacht hast? Tatsächlich ist es so, dass ich ohne Kenntnis eingestiegen bin in den Beruf, sage ich mal, und es gar nicht bereuen kann. Also ich wusste am Anfang, im Bewerbungsgespräch wurde gesagt, ja man feilt erstmal ein bisschen, erstmal die Grundlagen zu kennen. Und als es dann an die Maschinen ging, da war es nochmal ein komplett anderer Beruf für mich. Und das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Okay, also es ist noch besser, als du es dir vorgestellt hast. Ja, auf jeden Fall, ja. Voll cool. Ich glaube, ich kann mir jetzt doch besser vorstellen, wie das abläuft. Man fängt mit diesen kleinen Teilen an, man lernt erstmal die Grundlagen und am Ende baut man ganze Getriebe für Autos und vielleicht ja sogar für den nächsten Ferrari, der vom Band läuft. Ich danke erstmal ganz herzlich dir, lieber Lukas, und auch dir, Sina. Dich sehen wir gleich nochmal wieder. Dich, Markus, dich brauche ich noch, denn für dich haben wir hier noch einen Faktencheck und Fragen von unseren Gästen. Dich, Markus, dich brauche ich noch, denn für dich. Untertitelung des ZDF, 2020